Einerseits hilft genau bei so etwas Journaling, wie wir schon gesagt haben, oft genug, dass man natürlich über genau solche, sei es einmal grob, die menschlichen Fragen etwas reflektiert und sich selber auch dann irgendwie besser kennenlernt sozusagen oder sich im Rahmen seiner Arbeit versucht irgendwie reflektiv zu betrachten. Und das Zweite, was ja auch uns ein Anliegen ist, beziehungsweise wo wir an der Planung und Konzeption dann sind, sind quasi Gruppengespräche für neue Führungskräfte, wo man genau so eine Art Führungspersönlichkeitsentwicklung in einer Kleingruppe machen kann mit anderen vielleicht neuen und jungen Führungskräften. Weil, wie wir aus beiders Erfahrung wissen, ist das unheimlich viel wert, weil wir sowas nicht unbedingt oft hatten, sondern es war mehr ein On-the-Job-Lernen und dann hoffen, dass man durch ein gutes Team sich Feedback holen kann, um sich zu entwickeln und man vielleicht seine Ziele dann richtig setzt und natürlich hart arbeitet, um dann dort irgendwie hinzukommen. Aber, dass das unheimlich wertvoll ist, wenn man mit den gleichen Erfahrungen vielleicht in einer Gruppe kommen kann, um diese Themen einfach gemeinsam auszuarbeiten und sich vielleicht seinen Führungsprinzipien näher zu kommen, ohne dass das irgendwie angeleitet wird von einer anderen Führungskraft, die dann sagt, ja, aber du musst das jetzt so machen, weil das und das sind die Punkte, sondern, wie wir es jetzt auch in der Folge gesagt haben, es ist etwas, das man für sich selber klar werden muss, auch abhängig vom Kontext, in dem man ist und wo man halt hin möchte, vielleicht aus Führungskraft. Das heißt, diese Kleingruppen, die wir, glaube ich, vor einem Monat schon mal kurz geteased haben, sind ein, glaube ich, ein sehr gutes Modell oder eine sehr gute Möglichkeit dafür, vor allem ganz am Anfang seine Führungspersönlichkeit, würde ich jetzt fast sagen, zu entwickeln.